Adidas vs. Nike. Wer kann in der Zukunft mehr wachsen? Nike hat die besseren Markenwerte, Adidas ist im Kurs schon besser gelaufen und die Analysten sind auch positiv für die Adidas. Doch die Nike sollte man auch nicht ganz aus den Augen verlieren. Wir besprechen die Details. Hallo und herzlich willkommen zum Tippchecker. Bitte gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt. Und ich möchte heute in die Nike einsteigen. Bestimmte Medien haben über die Nike gesprochen. Die Aktie ist relativ schlecht unterwegs die letzten Monate. Aber es gibt Hoffnungsschimmer. Vor allen Dingen, wenn man am Tief kauft, am möglichen Tief, dann hat man höhere Chancen. In der aktuellen Ausgabe vom Aktionär wird die Nike näher beschrieben. Und kurzes Fazit, langfristig sehr attraktiv. Kurzfristig, naja, eher durchwachsen. Wenn wir uns die Charts anschauen, dann sehen wir hier bei der Nike einen schweren Absturz. Und wenn man hier jetzt mal so großzügig sowas einmalt wie hier, dann könnte man erkennen, dass man hier aus den Tiefspunkten 2008, 2012, wenn man da eine Linie einzeichnen würde, sehr gewagt, dann könnte man hier so einen gewissen Boden sehen. Ob das wirklich tragfähig ist, sei mal dahingestellt. Trotzdem die Nike, ja, attraktiv. Die Adidas hat schon viel besser sich entwickelt. Ich habe ja auch mal so einen Trendkanal eingezeichnet. Auch nach dem Absturz hier schöne Entwicklungen hingelegt. Und wir wollen heute besprechen, welches die Vor- und die Nachteile sind der Aktie. Wir steigen als erstes in die Nike ein, weil hier gibt es sozusagen das meiste zu erzählen. Die Nike ist als Aktie schwer abgestürzt. Das lag vor allen Dingen an ständigen Prognoseanpassungen, zuletzt auch für das laufende Geschäftsjahr. Das 2024er-Geschäftsjahr ist eher so ein Übergangsjahr, obwohl man ja buchhalterisch sich eigentlich schon im Jahr 2025 befindet. Die gemeldeten Zahlen waren unterhalb der Erwartungen. Es ist ein Übergangsjahr. Man wird derzeit radikal den Produktbereich überarbeiten. Und was dazu führt, dass der Umsatz stagniert. Und wenn wir uns die verschiedenen Analysen anschauen, dann habe ich hier einmal die von Maxi Max Gamperling hier mal aufgerufen. Hier einfach nur ein Hinweis. Er nimmt die Analyse aus fundamentaler Sicht vor. Und hier zeigt sich in den gelben Balken der Umsatz von Nike. Und Adidas hier unten in dem grünen Bereich, wenn man es grün nennen darf. Also man sieht einfach, dass die Nike deutlich mehr Umsatz macht. Und hier sehr viel Wachstum trotzdem auch drin ist. Auch wenn sich das Wachstum eben abgeschliffen hat über die Jahre. Und auch der Gewinn reduziert wurde. So hat man hier es doch bei Nike mit einem ganz anderen Kaliber zu tun. Aber es gibt noch mehr Analysen. Und in die zweite wollen wir reinschauen. Das ist die von Bernecker. Und hier habe ich einen Analysten von Bernecker rausgesucht. Und da hören wir einfach mal kurz in die ersten Minuten rein. Wie sind die Chancen für ein Turnaround bei der Aktie? Eigentlich relativ gut. Schaut man auf den Chart. Die Aktie kam von 180 Dollar auf aktuell 75 Dollar. Dann hat man fast den Eindruck bei Nike, es werden niemals wieder Sportbekleidung oder Schuhe gekauft werden. Richtig ist, Nike leidet aktuell unter einem schwächlichen Retailmarkt. Richtig ist, Nike ist aktuell nicht besonders in andere Marken gewinnen Marktanteile. Richtig ist auch, Nike kämpft mit Auswirkungen der Fokussierung. Also hier kurz zusammengefasst, Nike will derzeit keiner haben. Wenn wir uns auch den Chart angucken, dann sehen wir das. Und auch hier die Einschätzung von Bernecker TV, dass es operativ bei Nike noch mühsam ist. Den Direktverkauf, also das sind alles so Sachen, wo im Moment Probleme da sind. Der globale Markt der Sportbekleidung, das muss man auch sagen, wächst aber rein historisch betrachtet um 4 bis 5 Prozent per anno. Das ist auch immer eine gute Aussage. Das haben auch einige gesagt in Analysen. Der Markt wächst an sich 4 bis 5 Prozent. Und wenn Nike es nur hinbekäme, mit dem Markt zu wachsen, würde sich auch die derzeitige Bewertung KGV 22 rechtfertigen. Das ist auch kein Grund, warum das in Zukunft nicht mehr so sein sollte. Was wir bei Nike sehen, ist schlicht eine Bereinigung einer Mondbewertung, die wir bei 180 Dollar hatten. Das entsprach damals im KGV von 50 bei 2,5 Prozent Free Cashflow Marge. Und das ist auch der Kern dabei. Bewertung kommt von Wachstum und wenn man kein Wachstum hat, dann geht es auch im Aktienkurs nach unten. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum die Nike-Aktie von dem Niveau hier runter ist. KGV zu hoch, kein Wachstum. Und hier könnte sich aber nun ein Boden finden, weil man hat eine Free Cashflow Rendite von 4 bis 5 Prozent. Das ist eigentlich ganz positiv. Man kommt in einen Bereich rein, wo die Bewertung wieder Sinn macht. Und wo man hier durchaus sagen kann, da ist noch Markenwert da. Und hier eine Analyse von Investflow. Und hier finde ich es eigentlich ganz interessant, was er herausstellt. Und das sind die Marken, also die Absätze und auch die Markenbekanntheit wird in Form der Absätze für Schuhe auch gewährt. Und hier ist Nike einfach ein Global Player. Nike ist eine internationale Marke. Adidas ist natürlich folgend und Adidas ist auch schon gut aufgestellt. Aber Adidas und Nike sind zwei Paar Schuhe. Das ist schon mal was anderes. Nike ist Marktführer. Und hier auch sind die Chancen eher zu sehen, wenn so ein Marktführer, wenn so eine Marke wieder erwacht, sich neu entwickelt. Die Bestandsgeschäfte abbaut, also den Bestand, das Inventar abbaut. Da gibt es auch eine schöne Grafik, da gehe ich gleich mal drauf ein. Da wird nämlich schon sehr deutlich, dass das Inventar... Hey, wenn du in der IT einfach... Hier eine Werbung eingeblendet. Also wenn das Inventar ein, wenn das Inventar reduziert wird, dann wird sich hier auch der Bestand, also das gebundene Kapital reduzieren. Und der Free Cashflow wird eben zunehmen. Und es sind durchaus Chancen zu erkennen, dass die Nike aus ihrem Tal wieder rauskommt. Und hier auch ein Deal, den ihr vielleicht auch kennt. Also die DFB wird sich nämlich Nike zuwenden. Nach 70 Jahren Adidas hat man den Vertrag geändert. Und ab 2027 wird der Nike-Konzern Ausrüster des DFB sein. Und hier sind auch ein paar Details drin, warum das so war. Also im Endeffekt war das ein Auktionsverfahren oder man hat eben Angebote abgeben müssen. Und Adidas ist rausgefallen, 100 Millionen fließen wohl zu. 100 Millionen per anno an den DFB. Das ist doppelt so viel wie vorher. Und der DFB, der braucht auch Geld. Er hat hier in Frankfurt so einen Campus gebaut. Wenn ich das mal im Großbild machen darf, auf so einer ehemaligen Galopp-Rennbahn gab es ganz viel Ärger und Diskussion. Hier sieht man das vielleicht noch so ein bisschen. Hier ist die ehemalige Galopp-Rennbahn. Und der DFB hat gesagt, hier, wir wollen das Grundstück haben, nah an Frankfurt. Oder eigentlich ist es direkt in Frankfurt. Und 180 Millionen hat das Ganze gekostet. Heute würde man das so in der Form auch nicht wieder bauen, sagt man. Aber DFB, der DFB braucht Geld und will natürlich auch in Zukunft investieren. Und deswegen hat man auch, was ich wahrscheinlich für den Nike entschieden. Die sagen, wir zahlen das Doppelte. Adidas sagt viel zu hoch. Und der DFB ist da wahrscheinlich ein bisschen skrupelloser und sagt, 70 Jahre hin oder her wäre das Doppelte zahlt. Dann machen wir das einfach. Insgesamt spricht also dafür, dass die Nike aus ihrer Überbewertung rausgekommen ist. Dass die Nike hier langfristig sich nach oben bewegen kann. Für das kommende Jahr erwarten die Analysten ein Nettoergebnis oder für das laufende Jahr von 4,6 Milliarden. Im nächsten Jahr dann 5 Milliarden. Daraus würde sich ein KGV von 18 errechnen. Und wer so ein bisschen langen Atem hat und ein bisschen Zeit und Geld mitbringt, der kann hier sich auf die Lauer legen und bei einer Nike einsteigen. Aber die Analysten sind nicht so positiv, wenn man sich die Analystenstimmen anschaut. Bernstein sind noch die positivsten mit 112 US-Dollar, haben sie bestätigt. Die sehen halt die Chancen in einer Art, nennen wir sie mal, Generalüberholung im Produktbereich. Also die sagen, hier eine 112 wäre dann hier oben irgendwo. Die Royal Bank of Canada hat Nike mit Sector Perform eingestuft. Kursziel 75 US-Dollar. Also das wäre das derzeitige Niveau. Und hier hat man eher dann die Adidas den Vorzug gegeben. Aber bevor wir auf die Adidas eingehen, hier nochmal die Einschätzung vom Aktionär. Hier wird ein Kursziel von 90 Euro, auch so ungefähr 90 Dollar, vielleicht ein bisschen höher. 90 bis 100 Dollar, sagen wir mal so, wäre hier das Kursziel vom Aktionär. Aber auch wirklich hier nur langfristig und mit Zeit. Und dann gibt es möglicherweise noch die Chance auf ein Aktienrückkaufprogramm. Die Bilanz ist eigentlich gut. Es gibt 2,7 Milliarden Cash in der Bilanz. Also das spricht eigentlich für ein Turnaround in der Aktie. Im Moment sieht man im Chart nichts. Es gibt keinerlei Kaufsignale oder Impulse. Das könnte ein Unterstützungsbereich sein, muss es aber nicht. Wenn man sich die Adidas anschaut, sieht es hier viel, viel bullischer aus. Hier hat man eine starke Aufwärtsbewegung schon hingelegt. Und die Adidas ist grundsätzlich besser aufgestellt. Und die Analysten ziehen einer Adidas, der Nike, also sagen Nike wollen wir nicht empfehlen, sondern wir sagen die Adidas oder die Puma wären sogar noch besser. Die World Bank of Canada hat hier eben die Nike eher sogar mit negativ in der Branche eingestuft. Adidas hat im zweiten Quartal deutlich den Gewinn gesteigert. Die operative Marge verbessert von 3,3 auf 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn vor Steuern betrug 300 Millionen Euro, 123 nach Steuern. Und die Kernmarke Adidas, die stieg um 16 Prozent. Und insgesamt soll auch Adidas weiter wachsen. Man will einen operativen Gewinn von einer Milliarde in diesem Jahr erreichen und zweistellig wachsen. Und obwohl man eben diesen Deal verloren hat, hat man doch im Moment mit dem Verkauf dieser Trikots in der aktuellen EM sehr gutes Geld verdient. Und man hat auf einen zweiten Trend gesetzt. Das sind die Retro-Schuhe. Man hat rechtzeitig die Produktion angeschoben, hochgefahren. Und man hat im großen Umfang Retro-Schuhe abgesetzt. Das führt eben auch dazu, dass die Ergebnisse so positiv sind. In Nordamerika, also USA und Kanada, da war der Umsatz rückläufig. Das liegt aber daran, dass man die Schuhe aus dem Bestand von Jay-Z, also Kanye West, wurde ja raus oder hat die Kooperation, wurde Hals über Kopf aufgelöst. Und man hat den Bestand sukzessive reduziert. Man versucht, das kostendeckend im Markt abzugeben. Und das ist der Grund dafür, warum in Nordamerika der Umsatz so schwach ist. Adidas wird von der UBS recht positiv bewertet. Kursziel 275 Euro. Wenn wir uns das anschauen, also wir liegen jetzt bei 217, 219 ungefähr. Also hier wurde das Kursziel von 264 auf 275 angehoben. Von der UBS-Chefis erhöhte das Kursziel auf 220. Da sind wir jetzt so ungefähr. HSBC noch deutlicher. Kursziel 300 Euro. Hier ist man also am bulligsten. Und wenn man so ein Fazit ziehen möchte, dann kann man sagen, die Adidas ist schon viel weiter als die Nike. Nike ist aber größer, markenstärker und hat viel Potenzial. Ich finde beide Aktien interessant. Ich wäre eher so ein Käufer im Low. Also ich würde mir eher so eine Nike ins Depot legen, weil ich sage, hier gibt es die größeren Chancen. Aber man braucht langen Atem. Vielleicht so eine Drittelposition aufbauen und dann, wenn es nochmal Kursschwäche gibt, nochmal nachkaufen. Oder wenn es nach oben geht, auch nochmal nachkaufen. Also meine Empfehlung wäre eher eine Nike. Andere sehen vielleicht die Adidas eher von Videoanalysten. Wenn es euch gefällt, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.